moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen afk glitch zeigen auf der karte mauer der toten bei cold war zombies und zwar müsst ihr hierfür als allererstes den weg zur ostberliner straße aufkaufen danach müsst ihr hier diesen tunnel aufkaufen leute dann geht ihr auf diesen lkw drauf und wenn ihr dann auf diesem lkw drauf seid dann lasst ihr euch langsam auf diese scheinwerfer gefallen wenn ihr dann auch diese scheinwerfer seit leute müsst ihr so ein bisschen nach links und rechts laufen so ein kleines bisschen bis sich oben links die karte ändert und zwar wird das dann im spiel so angezeigt dass wir im unter geschoss seid und die zombies werden sich dann dementsprechend halt unter euch im tunnel sammeln in der kanalisation also leute ich zeige euch das noch mal geht hier drauf lasst euch langsam auf die scheinwerfer fallen dann lauft noch mal so ein bisschen nach vorne links und rechts also bewegt euch ein bisschen bis sich das layout der minimap oben links ändert und wenn ihr das dann halt richtig gemacht habt werden die zombies sich alle unter euch im untergrund versammeln aber leute der jünger der greift euch noch an und der krasni soldat greift euch auch noch an wie das mit dem mangler ist weiß ich nicht aber ansonsten seid ihr in diesem spot safe ansonsten war es das mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lass doch ein leichter schreibt mir die kommentare um den algorithmus zu pushen damit dieses video oder allgemein mein kanal bisschen mehr aufmerksamkeit bekommt und wenn du in zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt gerne ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren und immer auf den neuesten stand zu bleiben dann viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal